Willkommen zu einem neuen Folge Pokémon GO und ich habe jetzt gerade das Pokémon gescannt und da ist anscheinend ein Platz hier wieder unten da ist jetzt ein Hornig Roof da hat ein Bibo und ein Pokémon gefangen jetzt fahren wir erstmal zum Tratini hier das noch und dann fahre ich zum Tratini oh komm, ich bin noch ein dick da hab ich schon dick nicht entwickelt aber egal so, das ist jetzt erstmal riesige Cash und jetzt muss man schneller Brunnen 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 ist Natur ah, Hornig Roof er hat das jetzt gerade oh yes so freigelassen oh Pannys hat sich bereits ich habe mich hier angeschafft okay Hohne Roof schicksen und A Bs, das passt immer gleich ganz gut ich brauche jetzt ganz morangen später mal in einer Entwicklungsfolge weil ich stelle irgendwo für die EP und ich fange dann für jedes Pokémon egal wie viel EP es hat den ich brauche bis später mal in so eine Entwicklung Video da kann ich noch ein paar schicken bei mir um Kokon entwickeln ich warte einfach bis ich ein paar Pokémon entwicklen kann die ich die 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 ich empfehlen konnte. Aber das kann ich jetzt noch gleich verschicken. Ich muss jetzt nicht sagen, das machen wir jetzt auf dem Weg. Denn sonst kriege ich das Pokémon nicht mehr. Da ist der schon gefahren. Also ganz easy. Beruhigt machen. Favorieren. Natürlich, das ist... Du denkst, es ist jetzt natürlich ätzend. Aber ich brauch dann die ganzen Sachen. Weil ich hier immer schon ein bisschen nach vorne habe. Sonst wird es mich immer teuer. Aber egal, manchmal soll jetzt ein bisschen langweilig werden, wenn ich hier alles verschicken kann. Ich weiß einfach, ich hab's einfach gerade zur Zeit. Und... Ich meine... Ich muss ja... Ich muss gar nicht eigentlich... Ich muss das jetzt irgendwann... Ich muss natürlich nicht täglich was raushauen. Aber ich muss auch Recken haben. Ja, ich bin nur auf Abonnenten leben. Wenn mein Vater schon so zwei Abonnenten dazu geholt. Easy. Easy Catchen, Alter. Easy Catchen, Pokemon. Easy Catchen, Easy Catchen, Pokemon. Easy Catchen, Pokemon. Easy Catchen. So die Taubsee. So... Die auf Favoriten gehen. Easy Entwickeln. Was beim Habe ich nur meinen... Kann ich jetzt noch nicht fahren! Dassea wir Republikanern. Da geht es schon wieder... Di-di-di-dih! Okay,ada... und fast eine Heiz. Gott. Seine Gott. Da fehlen mir noch ein Papamonken. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Und da unten ist doch gleich das Trottini. Den Doxa habe ich gestern gefangen. Habe ich leider nicht aufnehmen können. Da war ich ein bisschen im Stress. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich muss mich nicht aufnehmen. Ich muss mich nicht aufnehmen. Ich kann mich nicht aufnehmen. Ich weiß nicht. Das ist mir egal. Es ist noch eine Minute da. Trottini. Ich habe es in der Nähe. Ich habe es in der Nähe. Ich habe es in der Nähe. Ich bin jetzt in der Nähe. Und hab ich im Spiel gehabt, ich sag immer 5 Uhr bis Viertel vor 7, so 5, ja 5 bis Viertel vor 7, glaube ich. Ja, so irgendwie. Ja, ich glaube, Samstag, Sonntag kam ich im Spiel. Samstag? Eigentlich eh nur. Und da ist gleich das Trattini, denn das vielleicht noch was da. Da hab ich da auch noch keinen Traberon. Und das hat Affen. Bippe. Ich hab schon mal eins gefunden, das sind 67. Ja, man hat so ein Ei gezogen. Deswegen hab ich auch nen Dragoneer. Sonst hätt ich gar keinen Dragoneer. So, dann hätt ich einfach keinen Dragoneer. Und ich weiß nicht, ob sich das schon viele Leute gegönnt haben. Am meisten die zucken. Sind ja, ähm, Gümmi-Leute. Und die haben dann gesagt, du kannst halt sich nen Tattini zu gönnen. Das Problem für die Jungen, ja. Da gönnen wir uns jetzt auch noch das Flagmon. Ich mag Flagmon zum Beispiel. 100, okay, nicht das Beste. 100, ja, äh, richtig scheiße. Aber egal. Ciao. Viertel vor drei. Behinderte Leute, Alter, im Hintergrund. Wie spät ich, äh, äh, äh. Und dann muss ich's machen. Oh, yes. Rausgehauen. Zack. Fertig. Gestern so verscheuertes. Das ist cool. Ich war so exerkastisch. Gestern hab ich hier noch Fußball gespielt. Hab ich leider nicht aufgenommen. Und dann fehlt irgendwie nicht von Zerz. Und wegen wie auch nur Bock ich hab das aufzunehmen. Weil wir einfach so die dümmsten, äh, wo so die zu gut für euch sind. Die sind zu gut. Zu gut, um gefilmt zu werden. Ich glaub immer, ich glaub, das ist einfach so mega chillig. Weil, ähm, ich find's ja immer so schwer zu catchen. Wenn Pennyballs fahrst du jetzt so, da brauchst du ja nicht am Lenker. Aber, man muss halt, also wirklich schon, das mit den Füßen und so, keiner. Und das ist, glaub ich, wieder mein erstes Galilie. Ich glaub, ich hab ja im Gotthard. Ja, für die Form. Also das sollte nicht passen und so. Ich, ohne wie das kein Ego-Liege ist. Und jetzt haben wir uns, nein, vom Kanal noch ein bisschen gepowert. Das ist besser als bloß um 10 WB. Also es wird auch relativ stark. 10 WB mal irgendwas wieder ein bisschen stärker. Das wird schon wieder ein bisschen stärker. Nice. Das ist jetzt sogar besser. Das ist schon besser wie V. Wow. Es hat doch... Es hat ja automatisch bessere Werte. Genau. Lass los. Oh, Eroly ist doch in der Nähe. Krabi? Krabi und Horni los. Wie gesagt, braucht man jedes Pokémon. Für dann eben die Entwicklungsfolge. Nicht daraus haben wir ein paar Minuten von dem Jakobat rufen. Die Folge wird nicht beendet. Also die Folge wird nicht beendet. Also die Folge wird nicht beendet. Und Kingler ist ja auch eine spannende Entwicklung. Wie so wie... ...Holio Kula Bebo zum Beispiel. Wenn die... Wenn die sich... Ja, das wird ziemlich ausgehen. Nur wenn es sich lohnt es zu entwickeln. Das ist wirklich ein bisschen... ...bebebert halt. Und... Wie ist das denn vorhin? Hey, 50 Bomot! Ich hätte 50 Bomot! Hm... So was? Oh laul... Was ist denn mit den Erolys hier los? Ist das da... Ein anderer Pro... Als ob? Ich glaube... Ich habe mich... ...ein Formelhaft... ...und so verdomen... ...verändert... ...und so einfach zu verändern. Haben sich jetzt verändert. Ich... Ich... ... als Kerlchen, der war davor... ...der Tollin, den Siegplatz nicht, aber der war davor... ...hinter mir... ...und... ... jetzt soll ein Umweg so zusammengegangen... ...was ich... ...gart nicht verstehe. Nice! Dann... ...fach rücken... ...meer... ...unser Zubat... ...und noch ein motherfucking Zubat... ...ein Krabbi! Jetzt können wir sogar noch raus! ...und... ...und... ...ich... ...fünfhundert auf Maximum... ...und du... ...könnt schon ein Besseraktion... ...daraus kommen... ...ist da halt ja... ...einen roten Zinn... ...dok... ...ich... 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 ... получается... ...soutsいい ... bunch... ...ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ados... ...die-te ist einfach nicht... ...com-ав-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ich habe heute wieder Erschkeitschen. Ich muss eben mit Helm aufziehen, damit ich Erschkeitschen sein kann. Ich muss Erschkeitschen sein. Ich weiß gar nicht. Erschkeitschen? Das sieht so komisch aus. Aber ich sehe jetzt richtig geschaut aus. Das sieht so komisch aus. Und ja, das sieht aber. Das sieht so komisch. Ich will nicht. So, schau. Oh, so. Baby, Leute. Wir haben jetzt eine klare Zeit. Wie geht es mir heute? Ich kann gehen. FTC, okay, das kann ich machen. Lack so weiß jetzt nicht. Oh, Ratzfatz. Nein, es war natürlich jedes Pokémon. Ja, natürlich Ratzfatz. So sind es die unnötigsten Pokémons. Wie sind das? Vier Pokémons. Ja, für die drei. Am wenigsten. Am wenigsten. Wir brauchen am meisten Rücken. Und es gibt keine dritte Entwicklung. Also eigentlich voll die Scheiße. Eigentlich sind sie voll die Scheiße. Das ist die Ratzfatz. Nein, es gibt... Radikal, nicht menschlich. Das ist so Ratzfatz. 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 Ich bin auch schon im Dickchen. Mein Krabi. Beste, beste YouTuber Krabi, Alter. Beste, beste YouTuber Krabi. Das ist Krabi, Alter. Ich hab's euch das jetzt verfolgt. Wieso? 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 Und ich scanne es mal ein bisschen. Wenn es dann durchs 3 ist, dann beende ich die Folge. Also wir werden sehen. Geht es weiter? Vielleicht nicht. Es gibt nichts. Nein, es ist aber, ich mein, ich bin trotzdem wieder bei Hasbroke Nett? Oder Nett? Also irgendwie... Poker? I... Smartmenge Ja. Smartmenge Erwind, wenn noch jemand hat. Hm. Okay. Das interessiert mich jetzt. Hm. Okay, das interessiert mich irgendwie gar nicht. Ja. Das interessiert mich nicht. Ich bin mir leid, ich war smart. Fuck you, Leute, aber... Ein Berg. Aber es ist schon wunderschön. Hm. Schau! 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 Hihi! Und es hat irgendwie nur Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob es was ist davon, weil es immer nirgendwo was Zaches ist. Und so Überkörper rumzufahren. Manchmal geht es nicht so allein, natürlich. Allein ist es viel da. Ich weiß nicht, ob es nicht passt. Die Rute, die ich benachteile. Und ja. Ich weiß nicht, ob es nicht passt. 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 Weil auch niemand mehr schafft. Und ich bin so ein Riebunkt. Das könnte man nicht rausschlafen. 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 Das könnte man nicht rausschlafen.